ja ja willkommen mein name ist dann hier und ich begrüße euch zurück zuletzt bei tales of xylia und ja ich weiß jetzt hier was ich machen muss für diese aufnahme ich habe so zwei drei orte gefunden wo cutscenes auftauchen und ja ich würde sagen da machen wir jetzt heute alles mal damit wesens in dieser folge mal was passiert weil die letzte war jetzt nicht so produktiv aber ja so als hier reingegangen bin kann ich hat sie ihn und ich hab so einen verdacht was es hier vielleicht geht wie man sieht sich aber ich bin wieder ein bisschen ausgelebt zwischen den nations of reza maxia are the last thing on anyone's mind now ja especially now that gaius is running roshigal too yes i talked to king gaius myself recently he told me that miss nadia was dead so you knew yes he was kind die echt tot sind die ich nicht wir sind ja auch schon so am ende spiels aber deswegen war sie jetzt wort angepisst auf leia und neben eigenes spezialisten der typ hat dabei geworfen so wieso gehe ich eigentlich raus genutze auch von ihr teleportieren okay eigentlich bekommen wir irgendwie gar nix immer von den ganzen quest aber egal schulden in schalten wenn wir ja ich glaube von mir aus kommen schnell rein ne ja ja nee hallo schulden von mir aus da ist ne riesige spinne auf meinen tisch am rumlaufen das kann ich so gar nicht haben weil du bleib wegen der lautstärke aber das muss jetzt sein weil sonst welche punch am rumschrei gewesen und die ist jetzt von oben gefallen ich hoffe sie sind wie tot jetzt haben wir jetzt mal so ein bisschen bind auf dem wohnung und ja auch wenn jetzt einige sagen ja aber spinnen die helfen uns doch die tun ja die fliegen und so weit alles fangen und was weiß ich ja da kann ja auch machen das muss jetzt nicht immer nicht sein da könnt ihr mir schreiben was er wollte aber nicht damit konnte eben organiz k ja Wow! Wie hast du das ausgenommen? Eigentlich sieht er aus wie ein ziemlich strange Mann. Er hat sich tatsächlich in den Augen gelegt. Er sagte, er würde mit Rowan sprechen. Sein Name ist Julius. Kennst du ihn? Nee. Oder? Oder? Oh, du siehst sehr wichtig aus und aus einem anderen Rollenspiel. Hm? Ich habe sie mit dem Namen auf der Kalkulatrix eingeführt. Wenn ich sie mit dem Namen auf der Kalkulatrix habe, habe ich gesehen, dass sie von der anderen Welt sein musste. Ich habe für die Reaktor Plan Reaktor-Leftes gearbeitet, damit ich mehr über ihre Vergangenheit gelernt habe. Warum würde ich so viel riskieren? Sie wissen schon, dass sie dich liebt. Weil ich sie von ihr aus dem Ring, der mit dem Namen auf der Kalkulatrix habe. Ich wollte sie nicht mehr, was sie sich daran erinnern würde. Ich bin ein Schwanz, der sich die Amnesie auszübricht, um sie zu spätigen. Ich habe sie von mir gesehen, dass sie dich liebt und glaubt ihr euch. Es war klar, dass sie sich liebt hat. Auch 20 Jahre später. Ich bin nicht sicher, dass ich überhaupt etwas gemacht habe, um sie zu spätigen. Julius, du musst sie zurück in Olympias zurückkommen. Du bist und du siehst du dich. Du bist nur für die Menschen, die dich liebt haben. Aber es gibt keinen Weg, um mich zurück zu kommen. Nicht zu bemerken. Wir werden dich selbst zu Hause holen. Wie tun wir das? Ich versuchte auf das. Aber es gibt keine Ahnung, wie lange die Dimensional Breach dauert. Wir müssen uns zu schreien. Danke. Rowan, es ist ein Ehre, dich zu treffen. Die Ehre ist alles meine. Die Dimension zu uns habe ich übrigens auch gefunden. Jetzt neben mir schreien hätte ich nicht gedacht. Ich bin sicher. Ja. Carrie war überraschend zu sehen. Du solltest du mit ihnen gehen. Oh nein. Das war einfach nicht möglich. Die Art, wie meine Beine warst. Das wird nicht tun. Du musst dich besser auf dich selbst nehmen. Die Sprache. Ich musste zu kommen und bedanken euch alle in person. Danke sehr. Wenn es für dich und deine Freunde nicht gewesen wäre, hätte wir noch nie wiedersehen. Rowan, wie warst du? Meine Beard ist ein bisschen länger, aber außerhalb davon, nicht viel hat sich verändert. Und dir? Außer von ein paar mehr Rinkles, nichts. Haha, das sind nicht Rinkles. Das sind Laugh-Lines. Du siehst sehr glücklich. Ich bin. Du auch. Oh, ja. Spenden Zeit mit so vielen jungen Leuten macht mich ein paar Jahre jünger mich selbst. Das ist wunderbar, aber mach dich selbst. Ich werde. Danke. Rowan, bist du sicher? Bitte, auf dich. Wie könnte ich mich selbst nicht glücklich in Liebe denken, wenn ich drei herrliche Frauen nach mir habe? Okay. Jetzt dann, lass uns ausgehen. Ich hoffe, ich werde wachsen, um jemanden wie du, Rowan. Haha, dann brauchst du noch 50 Jahre Training. Es ist nicht so leicht, wie es sieht. Äh. Rowan. Und zwar... Hoffentlich geht dir jetzt noch ein bisschen bei mehr. Weiß ich jetzt auch nicht. Sonst müsste ich den Part ja schon wieder verkürzt abbrechen. Hä? So, ich bin hier reingegangen und dann hier um die Seite. Und dann kam ein Cut ziehen. Das ist die letzte, die ich entdeckt habe. Mehr weiß ich jetzt auch nicht mehr. Komm, hören wir dir mal zu. Ich werde es bestimmt nicht mehr an. Komm, hören wir dir mal zu. Ich werde es bestimmt nicht mehr an. Die Tragegie. Hey, die reale Tragegie waren die Heeres, die für seine Titel. Das war nicht schön. Das nur in was, was? In zwei Jahren? Nicht wie ein Füge der Familie, um den Tag zu heißen. Haha. Sag mir das. Du wirst nicht sein, wenn ich und meine Frau in der Liebe kämpfe. Definitiv nicht das. Sven? Hey, Alvin? Ja. Das ist meine Familie. Sie sind ziemlich bekannt hier in Olympias. Und wo ist Ghiland? Er war mein Vater. Und der Herr von einer der Lesser-Svent-Line. Er hat immer meine Familie für eine stärkere Position in der Linie von Succession. Aber dann mein Vater stirbt in der Fall, die uns auf der Riesamaxia verletzt hat. Er hat eine junge Frau und meine Mutter nicht helfen. Und Ghiland sah das als eine Chance für Revenge? Wörter. Er hat eine Chance für die Situation und versucht, die meine Familie zu verletzieren. Er hat diese Svent-Name für Exodis gegründet. Er hat das Svent-Name für Exodis gegründet. Er hat das Reaktor-Leaktor-Leaktor-Leaktor-Leaktor-Leaktor-Leaktor-Leaktor-Leaktor-Leaktor-Leaktor-Leaktor-Leaktor. Er was ausw- Gehen wir mal hier hoch zu balen, obwohl er war ja im Forschungszentrum, ne? Ja, gucken wir uns hier nochmal um. Und dann würde ich sagen, würde ich den Part verkürzt beenden. Warte. Weil, jetzt habe ich schon alle Szenen hier verspielt, die ich eigentlich in diesem ganzen Part hier erfüllen wollte. Aber wir haben noch vier Minuten. Super. Aber wir haben wieder was erreicht, wir haben zwar keine Belohnung oder so bekommen und hey, wählen. Ich meine, äh, schulden, äh, schulden. Leidkertes. Hey, lass hören. Ja, klar. Ich weiß nicht mehr, und du bist zu mir immer wieder. Na, na, das ist ein Konundrum. Ich weiß. Wie geht es? Wie geht es? Wirklich, ein Olympian ist eine Antwort auf alles. Jetzt, jetzt, Alfred, du weißt besser als das. Gämmertes ist eine lange und froh Olympian tradition. Es hat einige schlechte Punkte, aber es hat gute Punkte, auch. Wir würden wir beten Geld? Natürlich nicht. Wir können wir beten alles, was wir mögen. Wir müssen beten, ob wir eine Lightleaf-Clover finden können, ob wir eine Lightleaf-Clover finden können. Ich habe gehört, dass sie einmal mit Rusal High Road gingen. Dann sollte das ein Stück Kuchen sein. Du hast dir einen Kuchen, Freund. Also, Kuchen ist eine hoh Olympian tradition? Ich bin ein bisschen enttäuscht von mir. Okay. Lass uns mal schauen, Rusal High Road. Hey, warte mal. Es hat Jahre, seit ein Lightleaf-Clover auf der High Road gesehen wurde. Und einige sagen, sie könnten extinct werden. Alfred, are you really going to waste my magnanimity? This is why I hate gambling. Na gut. Ich weiß, wenn ich mal bitte, dass ich schon diesen Gegenstand hab. Na? In der Heliobox-Festung. Fehlendes Goldgläs. Sounds like our best chance to find a Lightleaf-Clover is on the Rusal High Road. It's the Clover with sun-colored leaves, right? Let the hunt begin! Ihr müsst das nicht wiederholen, nachdem ich es angenommen hab. So ein kurzer Gerechtnis habe ich auch nicht, Leute. Ich hab mir schon Vertrauen in die Person, die euch steuert. Und hier ist auch irgendwas. Das ist die Musik der Musik. Ich dachte, die Musik war mit Gaius. Wir müssen uns in die Zeit schauen. Nein, warte. Es gibt ein Mensch mit ihr. Wir müssen uns beachten. Wenn Billy sie gefunden hat, er sagte, Hey, welcher ist die Frau und welcher ist die Frau? Was ist die Geschichte? Was machst du? Let's go. Was geht da drin vor sich? Wo ist Musée? Ich weiß, dass sie hier war. Ich weiß nicht, sind Sie von ihr Freunde? Sie hat Musée schon verlassen? Sind Sie okay? Sie sind ein bisschen weg, Granny. Wenn Sie Augen geschlossen hatten, nein. Oder sie ist blind, ja. Ich muss mich fragen, warum Sie so interessiert haben. Ich weiß, dass Musée hier war. Was war sie? Bevor ich antworten, Sie können mir erklären, warum Sie so interessiert in ihr? Well. Mille ist Musée's sister. Elise. Psch. Wir machen das einfach für alle, okay? Musée's sister? Ja. Sehr gut, weil es so interessiert, wie Sie nicht, Musée, keinen Fehler haben. Ich habe erst einmal sie fünf Jahre alt, als meine Frau und ich waren involviert in einem terrible accident. Musée ist es da, und sie hat meine Leben geschaut. Unfortunately, meine Kinder war nicht so glücklich. Sie hat deine Leben geholfen? Sie hat mir gesagt, dass sie nur auf einen Weg gemacht hat. Aber selbst wenn ich überlebt habe, habe ich verloren, zu leben. Meine liebende Kinder, die mir zu mir jeden Tag lernte, ist weg. Aber einen Tag, habe ich gefragt, ob sie mir zu erzählen würde. Und sie hat gesagt, ja? Sie hat gesagt, aber ich konnte sagen, dass sie es liebte. Es ist nur eine von ihren Geschmacken, glaube ich. Nein, ich kann es nicht glauben. Sie ist eine sehr verehrte Frau, Sie wissen Sie? Und ein bisschen schuldig, aber ich glaube, das ist für viele Mädchen ihre age. Ich bin sicher, dass du deine Reaktionen für sie schützt. Ich will sicherlich nicht versuchen, dich zu stoppen. Aber, wenn ich mögliche, würde ich fragen, dass du bitte nicht sie schützt. Mima? Ich verstehe, wie du fühlst. Gut, das ist wunderbar. Warum schüttest du? Ich bin nur glücklich, dass du das hörst. Das macht die Sache nur komplizierter für uns. Für mich nicht, weil... Ne. Diesen Fall für mich. Mehr nicht. So, gehen wir mal hier zurück und zum sicheren Speicherbund. So, dann haben wir noch ein paar Sachen erreicht. Ja, es wird immer weniger. Na gut, dann würde ich sagen, beende ich den Part hier und ich mache auch heute Feierabend. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Tales of Xilla. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Ich bedanke mich herzlich.